Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembarsteinbaus. Die Lego Disney Lizenz ist ja eigentlich nicht unbedingt mein Steckenpferd, bei der ich mich so super auskenne und mit der ich mich so sehr beschäftige. Aber auf diesem Klembarstein Kanal sollen natürlich auch Sets, die vorrangig für Mädchen sind, vorgestellt werden. Denn diese sind meines Erachtens bei Klembarstein schon ein wenig unterpräsentiert. Bei Lego nicht unbedingt, aber doch bei anderen Herstellern schon. Und wie immer gilt, Klembarsteine sollten für alle da sein. Dieses Lego Set mit der Nummer 43214 habe ich ganz spontan auf Amazon gesehen. Dort hat es mich 6 Euro gekostet. Die UVP sollte laut Lego eigentlich 10 Euro sein. Trotzdem habe ich jetzt auch gesehen, dass man dieses Set mit guten Rabatten im Markt und eher für 6 als für 10 Euro kaufen kann. Ich habe mir ja zu der Disney Princess Lizenz sagen lassen, dass dieses Set hier Rapunzel darstellen soll. Falls da jemand von euch mehr Erfahrung damit hat und mir sagen kann, ob die sehr gut getroffen ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ist nicht unbedingt meine Lizenz. Mir geht es um die Klembarsteine und darum, ob man mit dem Set als Kind Spaß haben kann. Dieses kleine Set könnte für mich ein super Einsteiger-Set für kleinere Kinder sein, die vorher noch nicht viel mit Lego am Hut hatten. Aber ob das wirklich so ist, schauen wir uns natürlich an. Hier noch einmal die Verpackung im Überblick ist nichts sehr viel Spannendes dabei und dementsprechend mache ich das Ganze jetzt auf und wir schauen uns die Steintüten und die Anleitung an. Und da haben wir auch schon die bunten Steinchen in den Tüten. Diese Plate ist dabei und puh, an die Farben muss ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen. Aber wenn daraus ein putziges Set wird, warum denn nicht? Und dann haben wir hier noch die Anleitung. Das Design ist ja jetzt bei Lego sehr vereinheitlicht worden. Trotzdem ist auch bei so einem kleinen Set die Anleitung wieder klammergebunden. Es ist eine sehr gute Druckqualität. Wie wir das von Lego gewohnt sind, wird nichts ausgegraut, sondern alles was schon gebaut wurde, wird weiterhin in Vollfarbe dargestellt und die neu gebauten Steine werden hier grün umrandet. Insgesamt wird auf 51 Seiten gebaut mit 38 Bauschritten. Und hier habt ihr nochmal die Teilliste, wenn euch das Ganze interessieren sollte. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Set und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich. Ich gehe mal davon aus, mit dem fertigen Set wieder, außer es gibt etwas super Spannendes oder einen großen Fehler, von dem ich berichten müsste. Ich gehe mal bei der Teileanzahl von Lego nicht unbedingt davon aus. Noch ein kleiner Einschub, was ich sehr putzig finde, aber leider in der Review vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir in der Anleitung nicht das Teil abgebildet haben und darunter dann viermal oder ähnliches, sondern das Teil wird immer einzeln dargestellt. Ich blende euch dazu hier auch noch ein paar Bilder ein. Da ist es dann wirklich so, dass eben so eine 1x2er plate zweimal abgebildet wird, wenn man sie braucht. Das ist natürlich für so ein Einsteiger-Set eine interessante Sache, damit man wirklich nach dem Bild dann die Teile raussuchen kann. Und fertig ist auch schon unsere drehende Rapunzel. Das hört sich irgendwie ein bisschen falsch an, aber keine Angst, die dreht sich nicht, weil sie ein bisschen zu viel Hopfensaft getrunken hat, sondern das ist eben die Funktion des Sets. Der Bau war natürlich super, super einfach. So gehört sich das auch in einem Set, das eben ganz klar für Kinder gemacht wurde. Erst bauen wir hier so ein bisschen die Umrandungen von der Box, dann drin die Funktion. Die Funktion wird dann mit diesen azurblau farbenen Teilen realisiert und eben mit diesem Herzschlüssel. Der Herzschlüssel kann in die Achsaufnahmen reingesteckt werden und damit kann man diese runden Plates mit Achsaufnahme dazu bringen, dass sie sich drehen. Dann ist eben dieses azurblaue Teil vorn drauf gesteckt und im Verlauf des Baus kommt noch ein zweites von diesem azurblauen Teil obendrauf und diese zwei Teile greifen ineinander über, sodass das untere azurblaue Teil das obere azurblaue Teil zum Drehen bekommt. Dann kommt hier nur noch so eine große Roundplate mit der Figur drauf und dann ist das Ganze auch schon gebaut und wir können die liebe Rapunzel sich drehen lassen. Ganz, ganz einfache Funktion, aber das Ganze klappt hervorragend. Die kann man sehr gut drehen, wir haben keinen Widerstand und damit haben wir doch zumindest ein gewisses Spielfeature in dem kleinen Set drin. Mehr kann man in dieser Preisklasse und Teileanzahl irgendwo nicht erwarten. Ich finde das Ganze sieht auch wirklich putzig am Ende aus und wenn ihr euch fragt, warum ist denn das hier hinten offen, dann glaube ich, dass es mit diesem kleinen Freund hier zusammenhängt. Der liegt auch noch bei, hat für mich ein bisschen was von einem Pokémon, obwohl es natürlich nicht aus diesem Franchise kommt, aber auf jeden Fall können wir diesen niedlichen Kollegen nicht irgendwo hier aufnoppen. Dafür reichen die Noppen nicht, die wir hier drauf haben. Also habe ich mir gedacht, können wir ihn ja hinten in das Häuschen setzen. Dort kann man ihn zwar auch nicht aufnoppen, weil es gefließt ist, aber dort ist er gut aufgeräumt und kommt nicht irgendwo weg und wird verloren. Die Formteile zum Kleid und zu diesem Schirm finde ich sehr schön. Das ist so ein halbtransparentes, lilanes Glitzerteil. Also das passt ziemlich gut zu so einem Set. Bei der Teilequalität gab es hier überhaupt keine Probleme. Die sehen gut aus. Die Klemmkraft ist spitze. Das hält alles am Ende sehr gut, aber die Klemmkraft ist eben auch nicht so hoch, dass es ein Kind nicht schaffen würde. Dann haben wir noch so ein paar Steinchen übrig. Zweimal eben diese Blume, wie sie auch Rapunzel hinten ins Haar gesteckt bekommt. Und so eine 1x1-Roundplate. Und dann gibt es noch eine Funktion, die auch auf der Packung gezeigt wird, die ich aber nicht hundertprozentig verstehe. Wir können die Rapunzel hier wegnehmen, können dann den Figurenkörper vom Kleid trennen und nehmen dann den Figurenkörper und stecken den Schirm hier so drauf. Und dann ist das Ganze verstaut. Was das für einen Sinn haben soll, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht erklären. Ich sehe ihn selbst nicht. Wenn ihr euch da besser auskennt und das vielleicht was mit dem Franchise zu tun habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten ist das wirklich ein kleines, putziges Set mit einer sehr einfachen Funktion, die aber dafür eben auch tadellos tut, was sie soll und damit zumindest einen gewissen kleinen Spielwert bietet. Es ist natürlich nichts Bahnbrechendes, aber gerade als Einstieg in die Klemmbausteinwelt und um abzutasten, ist das überhaupt was für mein Kind. Finde ich, ist so ein Lego-Set wirklich gut geeignet. Die 9,99 Euro als UVP würde ich nicht bezahlen, aber wie gesagt, das Ding wird mit guten Rabatten verkauft. Ab 7 Euro wird es empfehlenswert, ihr könnt es aber auch für 6 Euro bekommen. Haltet da einfach mal die Augen offen. Schade ist natürlich, dass am Ende der Händler die Kosten dafür trägt, um euch den Rabatt zu geben. Aber das liegt als Konsumenten nicht in unserer Hand. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben.